Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten hier bei wetter.net. Das Wetter in Europa, es mag einfach nicht zur Ruhe kommen. Während es in den Alpen jetzt mal eine kurze Atempause gibt, kein neuer Schneefall unmittelbar in Sicht ist, ist es ganz anders in Südosteuropa. Da sind diese Tiefdruckgebiete dafür verantwortlich, dass es im Süden der Türkei sinnflutartige Regenfälle geben wird. In den nächsten 36 Stunden kommen hier 150 bis 200 Liter Regen aus den Wolken heraus. Und das wird für heftige Überschwemmungen sorgen. Ganz anders in den Alpen. Da kommt jetzt erst mal kein neuer Schnee herein. Aber gleichwohl können die Pegel ansteigen. Und es kann auch Überschwemmungen geben. Denn das Tauwetter sorgt dafür, dass aus Schnee Wasser wird. Das alles sammelt sich an den tiefstmöglichen Punkten. Und so steigen die Pegel der Bäche und Flüsse an. Verantwortlich dafür jetzt erst einmal diese südwestliche Strömung. Dieses Tiefdruckgebiet steuert im Moment unser Wettergeschehen, sorgt dafür, dass wir von Südwesten hier die milde Luft bekommen. Und das noch bis etwa Donnerstag. Dann dreht der Wind. Und dann kommt die Kaltluft zurück, die jetzt schon über Skandinavien zu sehen ist. Da ist es relativ wolkenfrei und da ist es relativ kalt, was man an der blauen Färbung gut erkennt. Und das alles schwappt zu uns herein, dann in Richtung Wochenende. Und deshalb verbreitet winterliche Wetterverhältnisse am Wochenende bei uns in Deutschland. Jetzt in der Nacht über dem Nordosten noch dichte Wolken, nieselregen, mäßiger Regen. Im Stau der Mittelgebirge des Erzgebirges auch sehr, sehr lang anhaltende Regenfälle. Hier ziemlich schnell steigende Pegel. Da geht es auf jeden Fall weiter mit der Überschwemmungsgefahr der kleineren und später auch mittleren Flüsse. Starke Windböen über Norddeutschland an den Küsten. Sturmböen möglich aus West bis Südwest. Ganz anders das Wetter in Süddeutschland. Da klart es nämlich zum Teil im Alpenraum auf. Da kann man wunderbar die Sterne betrachten. Und weil da viel Schnee liegt, gibt es auch frostige Temperaturen im Süden, während die kommende Nacht nach Norden hin deutlich milder ist. Da kommt einfach von Westen her die milde Luft durchgezogen mit dem ziemlich zügigen Wind, der auch morgen im Tagesverlauf hier liest. In den letzten Tagen waren Wettervorhersagen ja eher wie die Mängelliste eines schrottreifen Autos. Das ist jetzt aber ein bisschen besser. Es wird alles repariert. Zum Wochenende kommt die Sonne heraus über Norddeutschland. Jetzt noch mal der Regen morgen im Tagesverlauf und der kräftige Wind. Über Süddeutschland ist es meistens trocken. Und ab und zu schimmert auch mal die Sonne durch die Wolken hindurch. Tagestemperaturen im Süden deutlich niedriger und im Mittelgebirgslagen als an der Küste. Da steigen die Temperaturen fast bis auf 10 Grad an. Nachmittags und am Abend noch mehr Regen in Norddeutschland. Der kommt von Westen hereingezogen. Aus dem Nieselregen wird mäßiger Regen, zum Teil auch kräftiger Regen. Die Kaltfront naht und da sind die Schläge meistens kräftig. Der Wind nimmt dann auch noch mal zu, ist im Böen verbreitet stark. Zum Abend hin an der Küste mit Sturmböen aus Südwest. In Süddeutschland nachmittags noch ein bisschen Sonnenschein und eigentlich recht freundliches winterliches Wetter. Die abendlichen Temperaturen im Süden deutlich niedriger als im Nordwesten. Am Donnerstag Durchzug eines Tiefausläufers. Das ist die Kaltfront, die dann einmal durchrauscht. Anfangs Regen, später von den Mittelgebirgslagen runter bis in die Täler sinkende Schneefallgrenze und deshalb Übergang zu winterlichen Verhältnissen. Erneut ein bisschen Schnee in den Alpen. Durchaus 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee bis Freitag früh. Danach dem Tiefausläufer. Nach dem Tiefausläufer kommt dann die Sonne zum Vorschein. Und die Kaltluft setzt sich durch. Am Freitag in Norddeutschland freundliches Wetter, aber kalt in Süddeutschland und in den Mittelgebirgen noch ein bisschen Schnee. Sonne und Wolken wechseln sich hier ab. Auch hier gehen die Temperaturen wieder deutlich zurück. Und das bedeutet kein neues Wasser in den Bächen und Flüssen. Das heißt, die Pegel werden sich dann wieder ein bisschen stabilisieren. Am Samstag ebenfalls viel Sonnenschein über Norddeutschland. Kalt und winterlich ist es dort. Klare Luft über Süddeutschland. Ein paar dichtere Wolken, ganz vereinzelt ein bisschen Schneegriesel. Auch hier liegen die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Wie das Wetter ganz genau bei Ihnen vor der Haustür wird, das erfahren Sie bei uns unter wetter.net. Machen Sie es gut. Immerhin, das Wetter ist ein bisschen repariert. Ihnen einen schönen Tag.